Weiter und zubel mal weiter. Das hätte ich euch jetzt einfach hier mal so ein Hähnchenschenkel. Und dann macht ihr mal einen Knochen raus, ne? Komm raus! Ich hab ein Messer! Ja, ich weiß nicht so genau. Das ist wie ein Handel. Guck dir das mal an, ey. Das ist so eine Pfanne. Muss ich hier irgendwas beachten bei dem Gehäcksel? Hier ist es dran. Ich habe meine ersten Kartoffeln geschält seit meinem, achten Lebens. Jetzt gerade eben? Sensationell. Ideales Grillwetter. Der Regen fällt leicht zur Seite geneigt. Das macht gar nichts. Das ist genau richtig. Und das Fleisch ist langsam auch schon genau richtig. Eine Top-Idee. Das war eine Top-Idee seitdem. in der Mitte der Mitte des Tages. Schnellen. Aber jetzt reicht nicht. Vielen Dank.